Am 10.10.2024 gegen 17.25 wurde die Berufsfeuerwehr Bonn zu einer ausgelösten Brandmeldeanlage zur Müllverwertungsanlage gerufen. Vor Ort stellte sich heraus, dass eine Ölleitung undicht ist und Öl in ein Auffangbecken läuft, weswegen gegen 17.40 auf ABC2 erhöht wurde. Die Feuerwehr konnte die Leitung nach ca. einer Stunde abdichten. Im Einsatz waren der B-Dienst, die Löchernheit 1, der ABC Erkunder, der Abbaubehälter Gefahrgut, der Rettungswagen 1.4 und ein Fundstreifenkraftwagen. Die Löchernheit Buschdorf besetzte die Feuerwache 1, hatte jedoch keinen Einsatz.